So gesagt. Hei macht schnappen, schnappen. Ja, aber Laps ist halt immer Party. Ja, weil das Haus einfach vierstöckig ist und du trotzt so viel Loot kriegst am Anfang. Und jetzt will er die Kicker, oder? Ja, wir gehen halt immer Laps. Ja. Der Suchauftrag ist am Dachl, glaube ich. Der hat ja nicht am Dachl. Oder? Hat er einen Dachl? Er hat einen Dachl, oben zu. Oh, einer hat einen Dachl. Weil wir ja oben sind. Wir sind über dem Ding. Er könnte im Zwischenstock drin sein. Ja, aber ist die Frage, ob er nicht... Ja, er ist im Zwischenstock. Im Zweiten. Also im ersten Stock eigentlich. Kann man hinter mir sein, oder? Bin, bin eine. Hau ihn. Hau ihn. Hau ihn. Hau ihn Suchauftrag. Einfach ein Plan. Sehr gut. Egal. Egal. Er wird da, oder? Er wird da einen Dachl? Er wird da die Aufgriege hünger? Ja, so wie. Er wird da ein Dachl? Ja, ein Dachl. Er wird da einen Dachl? Er wird da einen Dachl? Er wird da einen Dachl? Gern, du hab ihn so gehört? Egal, das ist er nicht nur noch. Ah, ich bin der andere. Manni, Manni, Manni Was, mich vor nie? Ach, miche Dropgeld Waa, ich bin mal Waffen los Ja fast Gehen wir gerne durch das hintere Owe Oh, hinter mir haben wir geschossen. Angst gekriegt. Am Dachli. Oh, scheiß auf das Dachli. Ah, komm auf. Ich hole den Oberliebkilo, glaube ich, der Kabel. Da liegt der Gold an der Diamantik, glaube ich. Die haben einen Ding auf wir geschossen. Unson. Die haben aber auch einen... Aber der war nicht schlecht. Gar nicht, wie ich wieder aufstehe. Aber die haben die zwei geschossen, oder? Oh, bleibst da liegen. Die hole ich haben. Sind die bei euch? Sind noch immer da drüben. Ich hole meinen Auftrag. Ah, meine Waffen. Die sind immer noch drüben am Tag, oder? Ja, die sind noch immer da drüben. Hast du das entlotert schon? Hast du das schon gehabt? Hast du das schon gehabt? Hast du das schon gehabt? Nein, du brauchst... Na, weil der Dev zockt. Wo sind die Dev noch schneller? Ja, eben, das meine ich ja. Ja. Ja, okay. Wo sind denn die? Schnell! Schnell! Schauen die immer nur her. Ah, das ist eigentlich nicht dran. Ich brauch Schaustiz und keine Munition, oder? Ja. Ich hab 16 Stück. Ich hab 8 Stückchen, wenn du brauchst. Schau sie zum Punkt kommen, um mich. Zu unserem Auftrag. Unten nach unten, raus runter, Schirina. Ja. So hat sie einfach. Ohne kommt eh schon. Ich mach unseren Auftrag fertig da. Ah, jetzt schon wieder 7-3, oder? Da holen wir sie gleich. Holen wir sie gleich was vom Shop, oder? Die sind auf jeden Fall wohl unsichtbar. Haben die auch schon loaded? Ja. Die haben's am Dachl gehabt. Die haben's am Dachl gehabt. Die haben's am Dachl gehabt. Die haben loaded. Ich brauch nur Müziung. Das war interessant. Dann gehen wir wieder rechts raus. Wie ist sie? E-G-M-Altrad. Von rechts rasch nicht. Sogar Muni rausstock, Ding. Ja, cool. Wo kommt der loadout? Ja genau neben den Baden. Das ist uns noch, wünscht ja. taste du für 2 Wurf für den Anhänger, ah, Dina. 18 und 8. Alles anstocken. Was hast du? M16 und K M16, okay, bestimmt klar Ich hol auch noch eine Drohne Ja, aber ich könnte es nicht mehr brauchen Ich wollte gerade sagen, ich könnte es nicht mehr brauchen Brauchst du noch was, Michl? Nein Eigentlich brauche ich so nichts mehr Gasmasken Gasmasken, kommt aber noch nicht mehr Ja, ich habe es mir nicht genommen Weil ich war sicher, dass ich das nicht mehr Ich habe ein Cluster noch mitgenommen Ich habe auch eine Drohne mitzusetzen Gefeiere zum Dave Da hat eben die Latte aufgehoben und wieder aufgehoben Passen auf, dass ich vorhin keiner sieht Falls wir eine Drohne haben, bald sagt das Ja, wir sind jetzt rein Auftrag Ich habe einen Auftrag Oha, am Tag sind gerne mal zwei Pins Constructions Base sind gerne mal zwei Leute Wo hier rum? Ah, ich sehe ich am Alter, dahinter sind noch zwei Shield Break Ah, noch ein Shield Break, Snap Oh, stehla Alter, bist du einfach mich, hast du mich gerade erschrocken, Alter Weil ich hier rein bin Gibt es noch irgendwo Schaufschützengeher? Ich muss nicht sagen, oder? Ja 32 Ich habe 24 Schuss für dich, du musst nur bis zu mir kommen Geht schon, geht schon Wo? Von wo? Hinter euch, oder? Ich wollte gerade sagen, weil der vorumschießt da irgendwo, vom Dachl Ja Ja Wer noch gesniped Kommt runter gleich, kommt runter gleich Dann weg genockt Weil der eine wieder überlebt den jetzt gerade, dann schauen sie gleich nochmal runter Ich gehe da hin In der Luft Hit Wo ist der? Ah, fast Ah, der ist schon oben Noch einen ersten Hit, oder gar voll schlimm Verklassen Verklassen Wir sind noch immer oben am Dachl Da an die Ecken, da kommt, dass sie einen Luftflug hinsetzen oder sonstiges Cluster? Ja Das ging halt gut Wo? Vor uns Baustell Da eine Bei der Baustelle ist gerade eine eine, gell? Aufpassen Oben Ja, ich sehe ihn auf der Karte Einen der vor, der tot ist? Ja genau Ja, den können wir nicht mehr Den haben wir gemacht, den Todl Hinter uns ist ein Kabel, oder? Ja, der sitzt genau in der Ecke Ui! Vor uns Stirb du Wichser Er hat sich versteckt Hinter uns kommt einer Blauer Mark Hellblauer Mark Ist ja nach oben Da, da in der Ecke sitzt er Trifern wir mal jetzt Ich bin da hinten im violetten Mark, habe ich ihn festgesetzt Habe ich ihn Habe ich ihn Beim hellblauer Mark Sieht man zwar nicht mehr den Mark Da muss irgendwo einer sein Habe ich ihn gesehen Habe ich ihn gesehen Habe ich ihn gesehen Habe ich ihn Habe ich ihn Habe ich ihn Habe ich ihn Was? Oh ja, der ist gestorben Da ist aber noch wer, ja Da hinten noch wer Da hinten noch wer Da hinten noch wer Da hinten ist er aber auch auf Habe ich ihn 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 Dino, hast du MP-Munition? Bei mir ist immer noch wer hinten Was ist MP-Munition Dino? Was hat MP-Munition Dino? Ich bin auf deaktiviert, jetzt will ich nicht unbedingt sterben. Ja, ich war gesehen. Den will ich nicht challengen, der snipet auf mich. Der ist dort hinten immer noch. Hinten rennt auch noch einer. Ich glaube bei dir ist einer gerade hingerannt. Hinten rennt noch einer, wo wir die ganze Tische schießen. Ist immer noch einer. Ja, der eine ist umgeschlossen worden. Da hinten ist hundertprozentig noch wer. Wo? Der Def ist ja blau. Auch rot. Ich habe gerade gesehen. Knock, da hinten. Da hinten ein Knock. Da hinten einer. Er wird gerade angeschossen. Ja. Er ist hinter dem Haus. Da hinten. Ich bin zu. Ich bin zu. Ja, der muss eh. Finisht. Und? Und da hinten. Dann. Finisht. Sehr gut. Jetzt. Der zweite müsste es auch gleich angehen, oder? Der zweite müsste es auch gleich angehen, oder? Fuhren uns auf der Strasse. Da vorne. Das braucht noch MP-Munition, oder? Ich habe da alles geschlossen. War der Schaluten da bei mir? Ich habe leider nichts mehr. Fuhren schon. Der ist bei mir da. Da eine Kiste. Ah. Sehr gut. Dankeschön. Wir haben zwei Mal daneben gesnappt. Einen Schilbrick gesnappt da vorne. Ja, ich komme aus Vorstein. Waa! Füße nach oben. Der pusht. Wo ist er? Hier. Mobbem! Ok. Der cluster kommt, und die Zone geht dann offen. Ja, dann ist es gut. Wo ist er für dich? Wann ist er? Dann habe ich ihn ja nicht. Ich muss ihn aufblotten. Auf der Seite, oder? Ja. Mobbem. Komm nicht auf, min Bergg! Ja, ich gehe nicht mehr ein in die Zone. Das ist so eine Verarschung, oder? Pfff. Das andere Team wird wahrscheinlich nicht sein. Die sind unten. Oh, da rennt einer unten. Da rennt einer gerade im Bergaufel. Aufpassen dich. Rechts von dir. Einer hin. Danke. Ja, schön. Jawohl. Der war der letzte meiner. Das war der, der dich noch umgebracht hat. Dommel. Da hinten war eine Party bei dem LKW. Da sind die Leute noch da rein gelandet jedes Mal. Das ist das gleiche Step. Du, was du gesagt hast, du gehst jetzt dreimal gelandet. Drei Mal gestiegen. Das ist gar nicht gewusst, dass wir da unten alle sind. Die Nost. Ach so oft gewesen. Wo? Hinten bei dem LKW oder was? Ja, Alter, da sind euch nicht noch ein Typ dreimal gelandet. Da sind insgesamt, glaube ich, acht Mal Leute runtergekommen. Aber bei der Baustelle, wo der Diefen... Dommel, muss ich noch einen Aufstand reinen machen. Schnell. Nein. Das sind ja... Das sind ja... Die... Das sind ja die... Folgen. Mhm. 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 Ich weiß nicht, ob ich vorher schon... Ja. Ja. Vielen Dank.